Ja, Exzident Crew, immer noch in Heeg! Was geht? Alles klar bei euch? Wir haben jetzt mittlerweile 23.05 Uhr und melden uns zurück zu einer täglichen Show. Die tägliche ist. Genau, die tägliche Exzident Show. Was haben wir die letzten Tage so gemacht, Simon? Erzähl mal! Wir haben Theorie und Praxis gemacht. Super! Viercoachprojekt 2016 in Nienburg. An der Musikakademie, Landesmusikakademie NLW. Da waren nämlich Coaches da, die uns ganz viel beigebracht haben, die wir unterrichten können und Workshops geben können. Und da war einmal der Winston da. Und der Winston ist cool. Grüß an Winston an dich, Bro! Dann hatten wir noch den Andreas. Wer ist das? Der Vorsitzende und der Chef oder so? Der Vorsitzende, glaube ich. Auf jeden Fall ist das ein krasser Team. Ja, Jules Cologne. Ja, genau. Ein ganz netter. Der hat uns ein bisschen was beigebracht, Theorie. Und vorgestern hatten wir die ersten Tage mit Praxis, wo wir dann auch aktiv getanzt haben und Kurse gegeben haben quasi. Ja, war richtig cool. Ja, hat Spaß gemacht. Da ist eine Sabine. Grüße an Sabine. Sabine Lindler. Genau. Die hat uns ziemlich auseinander genommen und die macht Modern Dance, oder? Ja, ja. War richtig cool. Und das war relativ cool. Und wir haben alle unsere Tanzstile ausgetauscht in der Gruppe und jeder hat mal einen Kurs gegeben. Und das war relativ cool. Vor Referat hatten wir auch über bestimmte Tanzstile und jeder durfte sich eine Tanzart aussuchen. Und ja, dann hatten wir halt Referate darüber, um mal reinzuschauen. Genau. Ja. Und was läuft bei euch so? Schreibt es in die Kommentare. Das wolltest du immer schon mal sagen. Ja, Mann. Ja, gut. Wir gangstern jetzt mal ein bisschen rum hier in Nienburg. Ja, da wichse ich hier. Seid mal die schöne Kirche. Gucken, was hier noch so geht. Eine wirklich krasse Kirche. Ein paar Betten suchen. Ich wüsste in den Mülltonnen. Ich mach ne... Okay, warte. Daru, den Checker. Grüße gehen raus von Dario. Ja, ich weiß nicht. Ihr seid auch viel. Okay, wir hauen rein und sehen uns später. Ja, wieder schauen.